Da ist dein Stuhl. Stuhl. Okay. Stuhl. Machst du das? Schält ihr noch was auf? Schält ihr noch was auf? Es steht ein Schreibtisch da. Ist es meine? Im Kirschbaum. Meine? Ehrlich? Bleib mal links an den Hebel. Nein, am Schreibtischhebel. Schreibtisch ganz links an der Plache. Andersrum. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz drunter. Ganz hoch. Noch hoch. Ist ein bisschen hoch jetzt. Das ist dein Stuhl. Stuhl. Okay. Stuhl. Schält ihr noch was auf? Schält ihr noch was auf? Es steht ein Schreibtisch da. Ist das meine? Kirschbaum. Meine? Ehrlich? Ehrlich? Dann mal links an den Hebel. Nein, am Schreibtischhebel. Schreibtisch ganz links an der Platte. Andersrum. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz hoch. Ganz drunter durchlaufen. Ganz hoch. Ganz drunter durchlaufen. Ganz hoch. Ganz hoch. Ich bin beantwortet. Ja. Ich hatte mich so auf November oder Dezember oder so. Hab ich ja. Weil du so gar nichts dazu gesagt hast. Aber du hattest Glück, weil da hinten steht noch ein anderer und noch einer. Und damit hängt zusammen, dass wir eine ganze Gruppe dann zusammengefasst haben. Wir haben da noch einen kleinen Schuss. Aber dir passt jetzt nur das Auto. Und du auch. Ja.